ja hallo willkommen mein name ist daniel und ich begrüß euch zu let's play hells of berseria letzte folge sind wir durch die schlag mich tot ruinen durchgelaufen und haben ein paar exorzisten hier getroffen wie die ganzen monster hier auf uns gett haben und die machen wir jetzt wenn ich zwar genauso der dinge sehen na oh gott genau so machen wir die fähig alter was war hat also war das hier passiert hat gesehen die haben uns vorweg junge 50er trotzdem sie sind alle auf einen gegner auf einer person losgang und die einachtel an der körper alter keine magie keine magie brüster hat oh mein gott irgendjemand muss weiter damit das bleibt kommt magie du ja merke seid ihr alle tot keine magie jetzt auf dem problem jetzt steuer ich will ich will steuern heißt jetzt gute nacht für euch war er kam vorhin der erste kam er da ganz schön schnell wie ausgegangen er fand ich schon ein bisschen übertrieben die wahrscheinlich damals die monster irgendwie ein bonus also bekommen haben ein gegnertypen zusammen miteinander kämpfen aber trotzdem habe ich das schon ein bisschen übertrieben wenn ich meine minute oder so ausgehalten das war meine güte ich war da reden jetzt so schwer wenn es unsere zähne schattenreiter papiertiger als spart stiefel welt spart schwer ja das ist ja noch nicht mal eine besondere szene nach diesem kampf level 9 gut ding ins feld irgendetwas feld spart stiefel warum habe ich so viel von irgendjemand hier war ich nur die bericht dich beschissenen sachen hier voll hochgelebt immer die gott wenn man das erledigt man sollte das habe ich tue problem oder was ich habe ich tue in diesen part hier meine ich einen speichern punkte also finden weil ich hatte es irgendwie in die nächste aufnahme zu gehen ohne dazwischen speichern zu können ein kraft ring geil ja verdammter dick da verdammter weg lernt schneller ich habe euch da hier noch alle irgendwie titel irgendwie damit ihr noch schneller lernt und ausrüstung und also was trotzdem brauchte ewig probleme las irgendwie sie die ghetto anmache wer hat aussieht bin ich jetzt eigentlich durch die mitte durchgegangen ja ne wien u2 er da war nicht durch ich bin orientierung sind enttäuscht mich jetzt nicht ich bin durch die mittlere tür durchgegangen eine tür war noch verschlossen die er die mit dem stuhl ja von seite da ist der speichern punkt natürlich ist da jetzt der speichern punkt und jetzt feuer oben wird das letzte dinge so ein bisschen noch eins da blieben was da warte wahrscheinlich unser nächster boss kampf mir fehlt noch irgendwo eine truhe das kann ich so nicht stehen lassen irgendwo und gilt noch nicht da wo und diesen raum also ja sein hat die ja okay die bäder und ist schon wieder ein anderer raum ne ja ich weiß nicht er dinge so komisch zu steuern ja weil die kamera die dreht sich direkt damit vielleicht sei truja natürlich ja ich weiß alle regen sich wahrscheinlich jetzt auch durch die ganzen kräuter und so nicht einsetze oder so spiele ich das halt okay dank des lebens genau den brauche ich sogar noch wird eintreten in was auch immer hier ist da kommen wir wahrscheinlich zu diesen zu dieser eidentür hier die dinge an machen und sagen ich kann aber bestimmt da vorbeilaufen und hat eine katze nur so mich daran in handel so h da ist die da ist die tür mit der unbekannten macht so boink blöber was muss weit mal sehen hi so wir haben den stuhl entfernt jetzt kommen wir wahrscheinlich zum teron hier gehen den wir ja fangen müssten aber aus irgendeinem grund wahrscheinlich einfach bekämpfen müssen ja 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 so läuft doch ja ja ich bin ja noch nie gemacht also die ganzen animationen sehen genau einfach nur die flamme so gestreichelt und eine übergezogen aber den martin an oben bei ihm weiß ich bei macht so ein schnipper noch eine verweisen ja hi warum hast du so geschrieben das ist doch ja film ja 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 Das war's für mich. ja im schlangen nicht verarschen müssen wir 16 schlangen auf uns setzen ich dachte heisen ja auch noch nicht eine mystikart raus wir müssen noch eindeutig gleich noch gegen sie kämpfen oder die mann stärker ja schon mal hierhin danke bei einem bisschen weit entfernt eine 37er schlug duft wolken schärfe haben wir sind gerade die gürtel aufgegangen die schlugge die schlugge die schlugge die schlugge Und jetzt ist es die erste Seite. Das ist das, was du. Warum ist das, Meri-Shan? Du bist nicht nur ein Kuhmann als Kuhmann als Kuhmann als Kuhmann als Kuhmann! Nein, ich bin nur ein Kuhmann als Kuhmann als Kuhmann. Aber du bist der Frau, als du Kuhmann als Kuhmann als Kuhmann als Kuhmann als Kuhmann. Das ist ja, ich möchte nicht ein Kuh-Mas. Ja, ich möchte nicht ein Kuh-Mas. Ich möchte nicht, dass das Menschen wunschläge, die GOMA-Masen heiraten wird. Du bist, einen Kuh-Masen? Du hast also taughtest. Du bist damals als Kuh-Masin. Ich wollte nur einen Kuh-Masen, das ist Wunschläge. Dann bin ich, ein Kuh-Masin. ist die eine dieser die andere irgendwie die tiefere bedeutung enthält es ist hier ja wen haben wir als erst mal die 27 50 diese frau ist keine zeit für dialoge puff vor allem auch direkt auf sie drauf neben der system gab es auch diese schlangen frauen oder lamias wie man noch immer diese piecher nennt lamias heißen line beschlangen frauen wir hatten da auch irgendwie eine tiefere bedeutung glaube ich ein test ist ja da gab es auch irgendwie so drei oder vier sie haben sich irgendwie verwandelt oder so ich weiß nicht mehr als schon so lange sagen die law also von der serie hat mich nicht so interessiert jetzt andere tels auf spieler jetzt mal ganz ehrlich sagen der serie tut mich da schon so ein bisschen mehr interessieren ja mit der ganzen abtei und den therians also für einen angriff dann muss ich mich hier schon ein bisschen mehr dämonen malachs eine ganze themologie so in der stelle ja war mir so ein bisschen zu hoch also nicht so aber mein interesse hat es nicht so sehr geweckt fand ich jetzt so außerdem was wir eine pilgerreise kannst du mal bitte auf mich losgehen ich gebe mir alle mühe mich hier schön für dich zu machen und dich von allen seiten anzugreifen und du ignoriert mich das ist ein ding ein getailliert ja ich habe es vergessen nein aber wir können die auswecken gut nein irgendwann anfällig das stimmt gerade hat sich irgendwie meine ganzen dinge rausgauen ab meine sehr brecher ist mir noch eingefallen wir haben ja auch so weit nein eisen weg wo macht die kleinen fischer erst mal kaputt danke der ort mein gott eisen kann die ja voller kaffee nicht machen ja es hat also sonst auf die auf die rolle losgehen war hier blieben wenn man erde genau blöd ok gut und sagen aber ein kleiner angriff das war keine nein ich war ja auch sehr gut sehr geil war nämlich dafür angefangen weil ich auch für meine seelen angriff hier raus sehen brecher aber trotzdem ja abgebrochen ich habe deinen seelen brecher mit okko ist weg vom fenster war magie absorbieren nachher auch ich baue eisen bis hier das schlanktöter sehr gut seit beide betreibt ausgezeichnet kann man schon ein bisschen in sich muss ich sagen er ist nur eine blöde schlange aber auch keine seelen brecher einsetzen und magie los weg magie los weg jetzt setzen wir ein damit dieser schnee kaputt gehen deswegen habe ich sie auch vorhin auch schon eingewechselt was ist hier passiert warum ist okko also schnell zu prägen ja ja alter noch mal warum ist ein eisen schon wieder kaputt oh nein warum er kaputt war wird sehr gut der kampf hat es in sich im letzten momenten herrscher ist unheilig mit bärs zwei herrscher und unheilig das wäre ein geiler plot twist es Das ist eine große Schmutzung. Das ist eine sehr schreckliche Sache. Moana? Das ist eine kleine Schmutzung. Die Mutter der Frau, die sich in die Hände zu retten, hat sich selbst zu schnaufen. Moana ist immer noch so lange. Ich bin mir auf dich, was ich zu sehen. Ich bin mir auf dich, was ich zu sehen. Das ist so, wenn ich die Mutter sterbe, es wird mit Rihanna schwer sein. Rihanna? Ich bin mir nicht mehr für mich. Aber ich bin nicht mehr für mich. Ich bin der neue Frau. Ich bin mir für dich. Ich bin auch nicht der Kuss. Aber ich mich ist einer meiner von dir so schlecht. Und ich bin nicht so schlecht. Ich bin sicher, ich bin nicht so schlecht. Entschuldigung, ich bin so schlecht. Aber ich bin egal. Ich bin auch sicher. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich bin ein wenig schlechtes Kupfer. Es ist nicht das, dass du dich an das Schuldigen für dich an. Aber ich kann nicht nur darauf achten, dass ich dir nicht das Gefühl, dass ich mir nicht mehr umgehen kann. Ich kann nicht nur darauf achten, dass ich mich als ein Gehirn auf dem Weg angenehm. Ich kann nicht mehr, wenn ich mich an meine Falle und mich nicht mehr überraschend mache. Ich muss mich nicht mehr überraschend. Ich bin so auf die Möglichkeit, dass ich mich nicht mehr überraschend bin. Okay Leben Und ein paar 80er 40er länger sind hochwertiges igne ziel fähigkeiten der stufe freier stufe freien stufe 3 frei expedition ist zurück ausgezeichnete katzen minz crew Okay Stimmt ich hatte nichts ich habe nur gemeisterte nähe 40er länger bei solz Zucchini Okay dann können wir ja raus Wahrscheinlich werden wir in heller w Ist Jetzt nicht bosheit oder Ja 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 Ich habe das nicht gelesen, weil ich zu wenigstens, dass ich sie mit dir war. Also wenn ich mich nicht mehr so aktiv bin, dann habe ich mich nicht mehr zu retten. Aber ich habe mich nicht mehr zu retten, wenn ich mich nicht mehr zu retten habe, aber ich bin mir sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich bin nicht mehr da, sondern ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Aber die Erenoah hat sich selbstverständlich, und sich mit einem Ego zu verabschieden, und sich mit einem Verlust zu verabschieden. Das ist das, was die Erenoah-Schein-Schein-Schein. Das ist das, was die Erenoah-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein. Das heißt, dass ich alles gut bin. Ich bin jetzt aber... Aber ich bin der Mensch, der Mensch ist ein bisschen verletzt. Ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich es nicht mehr so, dass ich mich nicht mehr so, dass ich mich nicht mehr so. Das ist ein Hauptcharakter. Schauen wir mal bei Hela Wies vorbei, aber mussten wir ja sogar hier in der Hafen. Okay, ich kann jetzt noch ein bisschen shoppen und so. Ich weiß genau was passieren wird, sie wird die neue Mutter von Camona. Okay. 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 Ich bin sehr gefährlich, meine Frau. Aber ich bin so schrecklich, meine Frau. Ich bin so schrecklich und ich bin so schrecklich. Ich bin so schrecklich. Ich bin auch... wir werden das hier einfach nur hin und her wie viele terrens haben wir eigentlich jetzt schon ja 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 okay na wesen sie wieder glücklich kann jetzt die gegend düsen bene wie viele terrens haben wir jetzt wir haben jetzt bell wird camona und mit ist aber ich jetzt sagen dann haben wir diesen käfer genau hier den adler 55 haben wir das heißt es 202 dann treten wir autoris in den internen das soll plan oder so aber ich werde jetzt erst mal aus speichern zwei genau hier ja jetzt in diesem ding ja an diesen dingen und sage dann ganz herzlichen dank fürs zuschauen rechter vater könnt ihr ein like ein abo ein kommentar oder sonst irgendetwas geiles hinterlassen das würde mich sehr freuen und wir sehen uns an der nächsten folge wieder hoffentlich bis dann ciao